Hallo und willkommen zu einem neuen Video, genauer gesagt zum Lesemonat Oktober. Warum kommt der schon wieder so spät? Weil ich dieses Video schon mal aufgenommen habe, mit dem tollen neuen Mikrofon, was ich mir gekauft habe, um dann festzustellen, dass es fast gar keinen Sound aufgenommen hat. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran das liegt, da muss ich noch gucken. Aber jetzt nehme ich lieber erst nochmal mit dem Kameraeigenen Mikro auf, bevor ich das hier dann auch wieder wegschmeißen kann. Der Lesemonat ist auch relativ kurz und knackig. Eigentlich hätten es, also wir haben jetzt vier Bücher, über die wir reden können. Es hätten eigentlich sechs werden sollen, weil ich noch zwei Dark Fantasy Bücher angefangen hatte, so passend zu Halloween. Aber die habe ich leider beide nicht mehr fertig bekommen. Das heißt, die seht ihr dann beide voraussichtlich im Lesemonat für den November. Der ja jetzt auch schon wieder bald rum ist. Ja, ich schlage vor, wir fangen jetzt einfach gleich an und sehen mal, was so zusammengekommen ist. Zum einen habe ich wieder ein kleines Büchlein aus dieser Reihe hier beendet, nämlich Five Go Absolutely Nowhere von Bruno Vincent. Das ist ja diese Parodie-Reihe auf die fünf Freunde von Annette Blyton, die ich so ganz gerne mal lese. Und ja, dieses Buch hier hat sogar noch ein paar Seiten weniger als die anderen. Die haben immer nur so knapp über 100. Und ich glaube, das hier hat sogar noch 20 Seiten weniger als die anderen. Und das ist ein Buch über den Corona-Lockdown. Denn auch die fünf Freunde, die hier inzwischen junge Erwachsene so in meinem Alter, vielleicht Anfang 30 oder so circa sind, oder ich glaube, Julian ist schon Anfang 40 sogar, ja, bleiben natürlich davon nicht verschont. Sie sind gerade auf Kirin Island zum Camping. Kirin Island ist ja diese Insel, die George gehört, auf der sehr viele ihre Abenteuer spielen. Und sie sind da früher als Kinder in den alten, in den bleibenden Büchern ja auch immer schon zum Zelten hingefahren. Und eigentlich sollte das so eine Art Abschiedscamping werden, bevor sich dann ihre Wege trennen, weil jeder so ein bisschen beruflich was anderes vorhat. Aber daraus wird dann erstmal nichts, denn dann bricht der Lockdown über sie herein. Und sie sitzen auf der Insel fest. Gott sei Dank hat George es irgendwie arrangiert, dass sie zumindest Internet haben, sodass sie dann ihre Zoom-Calls für die Arbeit von da machen können. Und ja, sie schlagen sich halt mit dem rum, was uns dann alle erwartet hat, dass in den Meetings vielleicht im Hintergrund plötzlich ein Bruder in Tarnkleidung vorbeischleicht auf Kaninchenjagd. Und es ereignen sich einige Verbrechen, wo in großem Stil Klopapier entwendet wird und andere nützliche Güter. Aber sie können ja nicht ermitteln, denn sie müssen ja zu Hause bleiben. Und ja, dieses Buch war auf jeden Fall wieder sehr lustig und ich mag die Reihe sehr. Es ist immer so ein bisschen Hit or Miss. Manche Bücher fand ich bisher zum Schreien komisch und andere eher nicht so. Und das hier ist auf jeden Fall eins von den Besseren. Ich habe da sehr viel Spaß mit gehabt. Ich glaube, das ist auch das Letzte bisher. Ich weiß auch nicht, ob da noch mehr kommen sollen. Aber ich habe ja noch einige übrig, die ich noch nicht gelesen habe. Und ja, freue mich immer, wenn ich mal wieder eins beendet habe. Dann ein Buch, was überhaupt nicht witzig war. Und zwar das Mädchenschiff. Ich weiß nicht genau, wie man die Autorin ausspricht. Sie ist Israelin. Ich versuche das, ich schätze, man spricht es Michal Samir oder so. Also wenn jemand das genauer weiß, darf er mir gerne Bescheid sagen. In diesem Buch geht es um den Militärdienst in Israel für Mädchen. Also in Israel müssen alle ja zwei Jahre, glaube ich, oder drei sogar. Ich glaube, es sind zwei Jahre Militärdienst ableisten. Und mich hat das einfach mal interessiert. Ich hatte so in anderen Romanen schon mal so, da klang das schon mal so an, aber so richtig habe ich mich damit noch nie beschäftigt und war da einfach mal neugierig drauf. Ich bin erst mal so ein bisschen verwirrt, weil es halt, ich bin davon ausgegangen, dass zum Beispiel auch gezeigt wird, wie die an der Waffe ausgebildet werden und sowas. Das kommt hier aber gar nicht vor, sondern die haben hier auf der Kaserne eher so Hilfsarbeiten, also so Sekretärinnenjobs oder als Küchenhilfe, solche Sachen. Jetzt weiß ich nicht, ob das bei Frauen dann ausschließlich so ist oder ob das auch so ähnlich ist, wie hier, dass du so Grundwehrdienst hast und dann den Rest der Zeit machen sie eben solche Arbeiten. Das wird hier leider auch nicht wirklich erklärt. Sondern worum es hier in erster Linie geht, sind sexuelle Übergriffe und auch andere Sachen im Grunde, einfach um das Leid der Frauen im Militär. Da war ich noch nicht ganz drauf vorbereitet, obwohl mir schon klar war, dass das vorkommt, aber auf die Art und Weise, wie es vorkommt, war ich irgendwie doch nicht vorbereitet, sofern man sich überhaupt irgendwie darauf vorbereiten kann. Die Autorin sagt ausdrücklich irgendwo, dass es keine Autobiografie ist. Trotzdem hat sie 20 Jahre gebraucht, bevor sie dieses Buch schreiben konnte. Also sie hat wohl doch einiges darin verarbeitet. Es ist so, dass unsere Protagonistin hier insgesamt fünfmal schwanger wird und dann eine Ausschabung hat, also eine Abtreibung. Und eigentlich ist es wohl so, dass man nach dem dritten Mal automatisch aus dem Militärdienst ausscheidet. Oder man sagt, nach drei Ausschabungen könnte man sowieso keine Kinder mehr kriegen. Aber sie hat eben, weil ihre Vorgesetzten sie mögen, haben die mal ein Auge zugedrückt und haben sie eben dann doch nicht vor die Tür gesetzt. Und sie hat deshalb eben insgesamt fünf. Und im Verlauf dieses Buches erfahren wir auch von allen fünf Schwangerschaften, wie es dazu gekommen ist. Und in ihrem Fall ist es wohl so, dass sie die Pille nicht verträgt oder dass sie die Pille nicht nehmen dürfen oder irgendwie sowas. Ja. Und das sind halt ganz unterschiedliche Fälle. Es gibt natürlich auch einvernehmlichen Sex mit männlichen Kollegen. Und es geht aber auch um die anderen Frauen hier. Es geht zum Beispiel um eine, die sich eben entscheidet, ihr Kind zu bekommen. Keiner weiß, wer der Vater ist. Das sagt sie auch nicht. Aber sie will dieses Kind nicht abtreiben. Und es ist aber so, wenn man schwanger aus dem Militärdienst geht, dass man dann als kriegsversehrt gilt und dann anscheinend auch gesellschaftlich ziemlich erledigt ist. Also das sagte mir auch mal eine Lehrerin von mir, die immer viel in Israel gewesen ist, dass der Militärdienst dadurch, dass alle den machen müssen, entscheidet der auch, welche Position du danach in der Gesellschaft hast. Und wer eben da gut durchkommt und vielleicht auch in irgendeine Spezialeinheit aufgenommen wird, der ist danach sehr angesehen. Und wer da eben nicht so gut durchkommt, der hat dann eben auch ein schlechtes Ansehen. Und scheinbar ist es so, wenn man eben dann schwanger mit Kind da rausgeht, dass man dann auch eigentlich nur noch kriegsversehrten Rente beziehen kann und eigentlich auch keine berufliche Perspektive mehr hat, so wird es hier jedenfalls dargestellt, dass man vielleicht auch gar nicht unbedingt das Mitspracherecht hat, was mit diesem Kind passiert, sondern dass es vielleicht auch sein kann, dass das Militär einem dieses Kind dann einfach wegnimmt. Und es versuchen eigentlich, es wird immer, alle von allen Seiten versuchen, sie eben, ja, einen darauf hinzuwirken, dass man eben das Kind abtreiben soll. Und man soll dann immer sagen, ja, ich wurde vergewaltigt und der Vater war Araber und das ist irgendwie auch so das Einzige. Also man dürfte gar nicht sagen, dass das von einem Kollegen ist oder dass das durch einen Missbrauch, durch einen Vorgesetzten entstanden ist oder irgendwie sowas. Und das sind aber alles Dinge, die hier allgegenwärtig sind. Es gibt vor allem einen hier und das war wirklich, der war wirklich ekelhaft, dieser Typ, der, ja, also das Buch beginnt mit dem Suizid einer Kameradin, der Protagonistin und es kommt dann eben raus, dass sie eben auch von ihrem einen Vorgesetzten missbraucht wurde und sich eben deswegen das Leben genommen hat. Und auch unsere Protagonistin macht dann irgendwann ihre Erfahrungen mit ihm und er kommt dann irgendwann und jammert sich so mehr oder weniger bei ihr aus, wie schlimm doch sein Leben ist, dass er jetzt seit 30 Jahren in dieser langweiligen Kaserne festsitzt und er ist anscheinend ernsthaft der Meinung, dass die Mädchen ihm das ja irgendwie schuldig wären, dafür, dass er ja irgendwie dieses langweilige Leben hat und dass das ja irgendwie sein Recht wäre. Und der hat überhaupt kein Unrechtsbewusstsein, maßt sich dann auch an, über sie und ihr, also komplett entscheiden zu dürfen und, ja, als sie dann ihre nächste Ausschabung hat, sagt er irgendwie so was wie, ja, er hatte mal eine Sekretärin, die hatte zehn Ausschabungen, das ist gar nicht so schlimm, wo ich da auch dachte, ja, what the fuck und zehn Ausschabungen von ihm oder was. Also, ähm, das ist schon thematisch nicht ganz ohne hier. Es gibt auch eine Episode, wo sie dann wegen einem entzündeten Fußlänge auf der Krankenstation liegt und die Krankenstation ist das reinste Irrenhaus. ähm, und, ja, ihre Familie ist aber irgendwie auch nicht ganz einfach. Sie ist, wenn sie mal nach Hause darf, zu irgendeinem Anlass, ist sie froh, aus der Kaserne wegzukommen, dann ist sie gleichzeitig aber auch froh, wieder in die Kaserne zurückzukönnen, weil sie dann von ihrer Familie weg kann. Also, es ist irgendwie alles kompliziert. ähm, ja, und ich glaube, dass da offensichtlich sehr viel falsch läuft im israelischen Militärdienst, ähm, und dass das eben viele Leute belastet. Also, es gibt einfach Leute, die ja auch dafür gar nicht geschaffen sind und diese strengen hierarchischen Strukturen begünstigen immer solche Dinge, eben sowohl sexuellen Missbrauch als auch, vielleicht auch psychischen Missbrauch und sowas. Und es ist immer schlimm, wenn man sich dann an niemanden wenden kann, vor allem, wenn das durch den Vorgesetzten passiert. An wen will man sich denn dann wenden? Weil du müsstest dich ja damit an deinen Vorgesetzten wenden. Und der Vorgesetzte vom Vorgesetzten ist im Zweifelsfall vielleicht auf seiner Seite oder interessiert sich einfach überhaupt nicht dafür. ähm, es ging auf jeden Fall unerwartet viel um Sex, um Missbrauch und um Abtreibung und irgendwie dann neben sehr wenig wenig wirklich um Militärdienst. Ähm, ja, und Langeweile ist vielleicht auch so ein Thema, weil eben die Arbeit an sich nicht besonders fordernd ist. Also sie hat, ähm, sie macht hauptsächlich nichts außer Akten kopieren und Kaffee ausschenken. Ähm, ja, und dann gibt es einen Tag, wo, speziell für die Frauen, wo die mal irgendwie so einen, ähm, ja, so einen besonderen Tag für die Frauen, wo die irgendein Erlebnis für die geplant haben und dann sind da einfach zwei Avon-Beraterinnen, also von dieser Kosmetikmarke und wollen denen Schminken beibringen, weil, ja, natürlich, was will man Frauen auch sonst irgendwie anbieten? Frauen interessieren sich ja sonst nur für Schminken anscheinend. Und was willst du im Militärdienst mit Schminke? Also, ähm, das ist einfach kein Umfeld, wo du das machen könntest oder wo das irgendwie angebracht wäre. Also, ich weiß es nicht, wie ich das erklären soll. Natürlich könntest du dich auch in der Kaserne schminken, aber das, ähm, die fühlen sich ja auch ansonsten nicht wirklich als Frauen oder können sich nicht entfalten oder, ich meine, das betrifft die Männer in dem Fall genauso. Aber es wirkte einfach in diesem ganzen Umfeld völlig deplatziert und total merkwürdig. Und irgendwie halt auch so, als würde einem sonst nichts einfallen, womit man Frauen eine Freude machen kann. Also insgesamt muss ich sagen, hat mir das Buch nicht so gefallen. Auch sprachlich nicht, weil es sprachlich sehr ruppig ist und, ähm, mir fehlt gerade irgendwie das richtige Wort dafür. Ähm, aber es beinhaltet eben auch sehr viel fluchen und schimpfen und ist halt eben wenig poetisch und das ist halt was, was mir einfach nicht so gefällt. Ich mag das lieber, wenn Bücher eine schöne Sprache verwenden und so dieses bisschen gossenhafte, so, das mag ich einfach nicht. Ich hab, mir fehlt irgendwie gerade der richtige Ausdruck dafür. Wahrscheinlich kennt ihn einer von euch. Beim letzten Video hatte ich ihn noch. Ja, ähm, und das hat mir nicht so gefallen. Auch, ähm, und das Buch hat mir halt im Grunde nicht, nicht das gezeigt, was mich eigentlich interessiert hätte. Trotzdem muss ich, also war es natürlich nicht uninteressant, aber, ähm, das ist ein Buch, was wieder ausziehen wird, weil ich das nicht unbedingt behalten muss und es gibt mir auch irgendwie einfach kein gutes Gefühl, wenn ich das angucke. Letztes Printbuch, was ich euch noch vorstellen möchte, ist das hier, das Hotel von Katharina V. Haderer. Wer mich schon länger verfolgt weiß, dass das eine meiner liebsten Autorinnen ist und das hier ist aber mal ein völlig anderes Buch von ihr und, ähm, ja, die Tatsache, dass es von ihr ist, war dann auch der Grund, wieso ich es doch gelesen habe und zwar wird das hier als Mystery-Thriller beworben und ich lese ja eigentlich keine Thriller. Ich würde aber jetzt im Nachhinein sagen, das ist vielleicht auch die falsche Bezeichnung, weil es hatte zumindest nicht diese, diese Art von Spannung, dass man durch das Buch durchgepeitscht wird und immer weiter und weiter und weiter lesen muss, weil es so spannend ist, weil das mag ich ja auch nicht, das empfinde ich halt als Stress und deshalb lese ich keine Thriller. Ich würde das als Spannungsroman bezeichnen, also es ist eher ein Roman, aber mit deutlichen Spannungselementen. Ähm, ja, und ansonsten hat mir das Buch aber wirklich gut gefallen. Kommen wir jetzt mal etwas näher dazu. Wir haben unsere Protagonistin Alice, die sich einen All-Inclusive-Urlaub gegönnt hat und, ja, das Hotel ist wirklich traumhaft. Es gibt leckeres Essen, es gibt eine Poolanlage, sie hat ein Zimmer mit einem super tollen Ausblick über den Strand und, ähm, der Klappentext fängt immer an mit dem, äh, na, mit dem, mit dem Satz haben wir uns nicht alle diesen Urlaub verdient, haben wir uns nicht alle diese Auszeit verdient und das ist irgendwie so ein Gefühl, was mich so das letzte halbe Jahr begleitet, weil das letzte halbe Jahr war unfassbar anstrengend und da konnte ich so ein bisschen Urlaubsfeeling echt gut gebrauchen und hab das sehr genossen, erst mal mit Alice in dieses Hotel einzuchecken und wir merken aber schon ziemlich schnell, dass mit dem Hotel irgendwas nicht stimmt, weil da so ein paar Leute sich seltsam verhalten, also die Angestellten reagieren schon irritiert, weil sie sich deren Namen gemerkt hat, ähm, der eine Kellner ist immer super unfreundlich zu ihr und sie weiß nicht genau warum, ähm, sie darf nicht an den Strand, weil es immer heißt, die Strömung ist zu stark und könnte sie rausziehen, deswegen darf sie immer nur an den Pool, aber keiner darf an den Strand gehen, warum darf man nicht an den Strand gehen, und dann fallen ihr so Dinge ein, dass sie sich an Dinge nicht erinnern kann, von denen sie aber meint, sie müsste sich daran eigentlich erinnern können und wir merken halt relativ schnell, hier liegt irgendwas im Argen und es haben ganz viele gesagt, den Twist am Ende haben sie nicht kommen sehen und ich muss sagen, ich hab den auch nicht kommen sehen, aber mich hat schon der Twist nach dem ersten Drittel komplett umgehauen, weil ich hab mich natürlich, nachdem das alle gesagt haben, sie haben diesen Schluss-Twist nicht kommen sehen, hab ich mich natürlich gechallenged gefühlt, so ich als alter Rätsel-Fan und hab ganz, ganz viele Theorien aufgestellt, ich habe hunderte Theorien, na gut, so viele waren es nicht, aber ich hab super viele Theorien aufgestellt und man hat ja vielleicht auch den einen oder anderen Mystery-Thriller oder Psycho-Thriller schon mal gesehen und dachte, okay, vielleicht geht es mehr in die Richtung von diesem Film oder mehr in die Richtung von diesem Film und es war alles falsch, es war alles falsch und ja, wie gesagt, mich hat der Twist nach dem ersten Drittel schon umgehauen, weil ich damit so jetzt auch nicht gerechnet habe und meine Theorien waren alle verkehrt. Es war spannend auf die Art, dass man halt selber wissen will, was dahinter steckt und ob man mit der eigenen Theorie recht hatte, aber es war eben nicht diese Art von Spannung, die einen da so durchpeitscht und Mystery-Thriller, ich sehe ein, dass das schwierig ist, das Buch zu kategorisieren, gerade im Hinblick auf den Twist am Ende, Mystery-Thriller finde ich aber irreführend, weil es keine Geistergeschichte oder sowas ist. Also eine meiner Theorien, ich will jetzt nicht alle meine Theorien durchgehen, weil ich behaupte, dass es gibt auch sowas wie einen Negativ-Spoiler, also wenn ich sage, was es nicht ist, dann ist es irgendwie auch ein Spoiler, aber meine Anfangstheorie, das merkt man aber schon gleich am Anfang, wenn man liest, dass das falsch ist, war vielleicht, dass sie vielleicht ein Geist ist, der in dieser Hotelanlage spukt und nur nicht weiß, dass sie tot ist. Das war eine meiner Theorien, bevor ich überhaupt zu lesen angefangen habe, aber man merkt direkt, dass das falsch ist. Aber das war halt aufgrund dessen, dass es als Mystery-Thriller deklariert war, glaube ich zumindest. Und ja, also es geht nicht in diese übernatürliche Richtung, sondern es geht in eine ganz andere Richtung. Und mich hat das richtig begeistert. Ich mochte die Protagonistin, ich habe es auch als Hörbuch gehört zwischendurch und fand auch die Sprecherin super toll. Ich habe auch von ein oder zwei Leuten gehört, die die Sprecherin nicht mochten, aber das ist ja eigentlich immer Geschmackssache. Und ja, war sehr begeistert und halt auch gerade die Phasen, wo wir hier echt so mit Alice einfach in dieser Urlaubsanlage sind, obwohl ich glaube, All-Inclusive wäre gar nicht mein Ding. Also ich habe das noch nie gemacht und ich glaube, das wäre mir vielleicht auch in so einer überfüllten Hotelanlage, weiß ich nicht, ob das für mich Entspannung wäre, weil Entspannung ist für mich, wenn so wenig Menschen wie möglich um mich rum sind. Menschen sind für mich irgendwie anstrengend, vor allem auch der Geräuschpegel, der da mit einhergeht. Ja, aber es war trotzdem super entspannt, hier mit Alice unterwegs zu sein. Das Einzige, was mir nicht so gefallen hat, ist ein Abschnitt zwischendurch, nämlich da, wo wir eigentlich gerade auf die Spur kommen, was hier los ist, bricht die Handlung im Grunde komplett ab und wird dann vollständig ersetzt durch eine andere Handlung, nämlich wird das Hotel dann von einer unfassbaren Kältewelle heimgesucht, auf die sie natürlich in ihrer tropischen Lage nicht vorbereitet sind und das führt dann zu dramatischen Szenen, die jetzt eher was von Katastrophenfilmen haben und fast schon so ein bisschen Endzeit-Szenario. Und ja, es werden auch durch diese Sache ein, zwei Sachen für die Haupthandlung mit angestoßen und rückblickend am Ende versteht man, was da passiert ist, aber es war für mich erstmal total nervig und unbefriedigend, weil man ja schon gemerkt hat, okay, irgendwas stimmt nicht und das, was da gerade passiert, kann man aber überhaupt nicht einordnen in dem Moment, wo man es liest und das war für mich total frustrierend, weil ich halt dann erstmal gar nichts mehr verstanden habe und außerdem waren wir ja gerade so kurz davor, endlich aufzudecken, was passiert und dann wird das halt nicht mehr weiterverfolgt und auch das war irgendwie total frustrierend, weil ich hätte lieber an der Stelle weitergemacht und ja, natürlich fügt sich das dann später alles zusammen, aber trotzdem hat mich das in dem Moment erstmal genervt und ja, wenn man, also ich muss auch dazu sagen und ich hoffe, das spoilert jetzt nicht auch irgendwie, ich glaube aber, dass man sich daraus jetzt nicht herleiten kann, warum es geht am Ende, also eigentlich denke ich, es hätte statt der Kältewelle eigentlich eine Hitzewelle sein müssen, rein von der Physik dahinter, ich verstehe aber, wie sie auf Kältewelle gekommen ist, aber mein Freund kennt sich mit dem Thema zufällig ganz gut aus und hat gesagt, es müsste eigentlich aus den und den Gründen eine Hitzewelle gewesen sein, wer das Buch gelesen hat und auch die Erklärung gespannt ist, kann mir gerne einen Kommentar schreiben, dann erkläre ich gerne, wieso ich das denke, weil, also Antworten zu Kommentaren werden ja von YouTube eingeklappt, das heißt, da kann ich dann niemanden aus Versehen spoilern, aber jetzt im Video möchte ich nicht mehr dazu sagen und beschränke mich auf nebulöse Andeutungen. Ja, trotz der, ein bisschen Punktabzug für diese Passage, die mir nicht so gefallen hat, hat es mir, wie gesagt, ansonsten super gut gefallen und darf sich ins Regal gesellen zu den anderen Büchern von ihr. Bin sehr gespannt, was man als nächstes so von ihr hören und lesen wird. Ich weiß, dass sie noch ein Buch fertig hat und zwar gab es ja von ihr diese Dark Fantasy Trilogie Das Schwert der Totengöttin beziehungsweise Black Alchemy aus dem Knauer Verlag, die ich auch sehr gefeiert habe und Das Herz im Glas, was ja in der gleichen Welt spielt, zur gleichen Zeit aber woanders, was im Moment nur im Self-Publishing zu haben ist. Übrigens kommt das auch als Hardcover und da wird es nächstes Jahr auch Buchboxen zu geben und werde ich mir dieses Buch dann noch ein drittes Mal kaufen, ich fürchte schon. Ja, aber jedenfalls gibt es da noch ein Buch, von dem ich weiß, dass sie das fertig hat aber da weiß ich noch nicht wann und wie das vielleicht erscheinen wird. Sie hatte halt, soweit ich das jetzt über Instagram mitbekommen habe, hatte sie das auch, gab es da wohl auch Verhandlungen mit dem Verlag, wo diese Trilogie erschienen ist und die wollten es dann aber wohl letzten Endes doch nicht haben, was ich sehr schade finde und seitdem habe ich nichts mehr davon gehört. Also ich weiß nicht, ob sie jetzt versucht, das vielleicht woanders unterzubringen oder ob es am Ende vielleicht doch im Self-Publishing kommt. Ich würde mir aber so oder so wünschen, dass es bald erscheint. Weil ich, also das Hotel ist das erste Buch auch von ihr, was nicht in dieser Welt spielt, in der ihre anderen Bücher alle spielen, aber ich bin in dieser Welt unfassbar gerne unterwegs. Mir hat aber auch dieser Ausflug in ein komplett anderes Genre sehr gefallen, weil sie es einfach drauf hat, eine Welt so näher zu bringen, dass man da so, ich zumindest, da sofort eintauche und mich sofort angekommen und zu Hause fühle und das Gefühl habe, ich gehe mit den Protagonisten da rum und erkunde das alles. Ich habe auch Leute gelesen, denen es nicht so ging, aber ich liebe diese Art, wie sie schreibt und sie kann auch unfassbar spannend schreiben. Es gab jetzt in diesem Buch hier keine Kampf-Szenen wie in den anderen Büchern, aber das ist zum Beispiel auch was, was sie total drauf hat und es war trotzdem halt spannend, aber es war nicht diese hektische Spannung, wo man die ganze Zeit unruhig ist und denkt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das war hier Gott sei Dank nicht so. Für andere Leute ist es vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass andere kritisieren, es ist zu langweilig für einen Thriller, also man sollte nicht einen super spannenden Thriller erwarten, sondern eher, würde ich sagen, eher Spannungsroman, also ich finde, es ist eher romanhaft. Aber wie gesagt, auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, gerne das Buch oder das Hörbuch angucken und ja, das war es erstmal zu diesem Buch. Jetzt habe ich noch ein Hörbuch übrig und zwar 1000 Zeilen Lüge von Juan Moreno. Das kam daher, dass wir im Kino waren und den Film 1000 Zeilen geguckt haben von Bully Herwig in der Regie und dann in den Hauptrollen mit Elias Embarek und Jonathan Nye. Super empfehlenswert. Der Film, es ist eine Komödie, bleibt aber tatsächlich sehr, sehr nah am Buch. Also das Buch ist auch schon eher so ein, ja, ich würde sagen, lustig geschrieben, aber manche Szenen sind einfach, die passiert sind, haben einfach von sich aus so eine gewisse Absurdität und das bietet sich einfach total anders so umzusetzen. Das Einzige, was der Film dazu erfunden hat, sind die Familienszenen des Autors. Da geht er im Buch nicht so drauf ein. Aber es war, der Film war auch gut ausbalanciert, dass er lustig war, aber trotzdem ernsthaft genug, um das alles ernsthaft rüber zu bringen. Die Charaktere waren natürlich alle so ein bisschen auf die Spitze getrieben, was aber ein Film auch machen muss. Also ein Film ist eher einfach ein anderes Medium als ein Buch. Und da haben sie die Leute auch vorsichtshalber alle umbenannt, obwohl man natürlich weiß, um wem es eigentlich geht. Um wen geht es denn nun aber überhaupt? Es geht um den Autoren selber, Juan Moreno, und auf der anderen Seite Klaas Relotius. Bei einigen klingelt es jetzt vielleicht. Das war der wohl größte Skandal im deutschen Journalismus, als aufgeflogen ist, dass Klaas Relotius, seines Zeichens Spiegel-Reporter, sehr viele seiner Reportagen komplett frei erfunden hatte. und Juan Moreno legt auch großen Wert darauf, dass Relotius nie Reporter war, weil er nur Vorrecherche gemacht hat, also das, was man, das, was jeder eigentlich sich zusammengoogeln kann und hat sich den Rest dann frei ausgedacht. Ich denke, wäre er Autor geworden, hätte er bestimmt richtig geile Bücher schreiben können, aber leider hat er sich entschieden, Reporter zu werden und so zu tun, als wäre das alles echt, was er da schreibt. Er hat sehr viele Reporterpreise gewonnen für seine Reportagen, er hat Interviews geführt, an die sonst niemand rangekommen ist und dann rückblickend war halt auch klar, wieso er die führen konnte, weil er sie nicht geführt hat. Und ja, Juan Moreno sollte mit ihm zusammenarbeiten an einer Reportage über die mexikanisch-amerikanische Grenze und Moreno war mit einem Flüchtlingszug unterwegs Richtung USA und hat da eine Frau begleitet und interviewt, was sie eben dazu veranlasst und auf der anderen Seite sollte Relotius eine amerikanische Bürgerwehr finden, die eben verhindern will, dass Flüchtlinge ins Land kommen und hat dann eben innerhalb weniger Tage eine super radikale Gruppe gefunden, mit denen er dann rausziehen durfte und das kam Moreno alles komisch vor, dass er innerhalb von so kurzer Zeit da Zugang bekommen hat und auch, dass sie ihn bei so krassen Dingen haben dabei sein lassen und bestimmte Dinge einfach in Gegenwart eines Reporters zugegeben haben, weil diese Kreise halt eigentlich super verschlossen sind und zum Beispiel auch alle Wert darauf legen, dass sie niemals auf Menschen schießen würden und in der Reportage wurde dann eben doch zumindest möglicherweise auf Menschen geschossen und ja, das Ganze kam ihm einfach seltsam vor und er hat das dann erst bei seinen Chefs angesprochen und es war für ihn wirklich, wirklich schwer, diese ganze Sache aufzudecken und er hat sich da richtig rein verbissen, um Beweise und noch mehr Beweise dafür zu sammeln, dass das alles Fake ist, weil ihm niemand glauben wollte und er war dann, dazu muss man sagen, dass Juan Moreno auch nur freier Mitarbeiter war und die Chefs sich natürlich erst mal hinter ihren Festangestellten gestellt haben und haben ihm das immer alles zur Stellungnahme gegeben und ja, er konnte das dann natürlich zufriedenstellen erklären, weil er ist ein professioneller Lügner, dem fällt dann schon was ein und das hat denen dann gereicht. Die haben nie gecheckt, ob das denn so stimmen kann beziehungsweise hat Relotius richtig, also ja, viel dafür getan, um das zu faken. Er hat E-Mails gefälscht, er hat auch E-Mail-Accounts angelegt und sich als seinen Informant ausgegeben, der mit seinem Chef schreibt, obwohl er das halt dann in Wahrheit selber war und all solche Dinge und die Chefs haben halt ansonsten nicht wirklich irgendwo nachgeforscht und es ging dann am Ende eben so weit, dass Juan Moreno in die USA geflogen ist und vor Ort dem nachrecherchiert hat und Leute gefragt hat, hier, kennst du den, war der wirklich bei dir? Der behauptet, der hat ein Interview mit dir geführt und selbst als er auf Video den Beweis hatte, dass Relotius nie mit der Person gesprochen hat, haben die Chefs ihm immer noch nicht wirklich geglaubt. Also ja, da musste dann schon viel passieren, dass die aufgehört haben, Relotius zu decken und es war am Ende wohl so ein bisschen Zufall, jetzt hinterher hat der Spiegel dann gesagt, sie hätten das ja zusammen mit Moreno aufgedeckt, er legt aber Wert darauf, dass das nicht so war. Ja, man hat von Relotius seitdem auch nicht mehr viel gehört, er hat dann behauptet, er wäre jetzt lange, er wäre psychisch krank und könnte ja gar nicht viel dafür. Er hat mal dann ein längeres Interview gegeben, wo er behauptet hat, er wäre ein halbes Jahr in Bayern in der Klinik gewesen, zu der Zeit, wo er da gewesen sein wollte, hatte aber eine ehemalige Kollegin ihn in Hamburg auf dem Fahrrad gesehen. Jetzt könnte man auch sagen, okay, vielleicht hat die sich auch verguckt, aber das Ding ist halt, das Problem ist, wenn jemand so viel nachweislich gelogen hat, dann kannst du dem irgendwann nicht mehr glauben. Und er hat auch in dem einen Interview, was er gegeben hat, da hat er auf die Frage, wie viele seiner Texte gefälscht sind, geantwortet, ja nach dem, was ich heute über mich weiß, wohl ziemlich viele, so als wäre ihm das gar nicht bewusst, als hätte er aus Versehen gelogen. Aber wenn man sich andererseits den Wahnsinnsaufwand anguckt, mit dem er seine Lügen vertuscht hat, also E-Mails bewusst zu fälschen, ganze E-Mail-Accounts zu fälschen und sich als fremde Personen auszugeben, das macht man nicht aus Versehen. Und das kann mir keiner erzählen, dass einem das nicht bewusst ist, dass das Faken ist. Also, schwierig. Ja, schwierig. Auf jeden Fall war das super interessant, das hat den deutschen Journalismus total verändert, nehme ich an. Kurze Anekdote dazu, Leute, die mir schon länger folgen, erinnern sich vielleicht an mein Video von vor zwei oder drei Jahren, wo ich über meinen Bore-Out und meine Angstattacken geschrieben habe. Und das habe ich mittlerweile auf privat gestellt, aber mich hat tatsächlich im Nachgang dazu eine Journalistin kontaktiert, die für so ein kleineres Online-Magazin arbeitet, was sich an Arbeitgeber richtet. Und die gehören zum gleichen Verlag wie eine große deutsche Zeitung, aber das ist, wie gesagt, ein eher kleineres Online-Magazin. Und die wollten einen Artikel über Bore-Out schreiben und suchten eben jemanden, den sie dafür interviewen können und vielleicht den sie als Protagonist in diesem Text verwenden können. Und ich habe dann tatsächlich ein mehrstündiges Telefoninterview mit ihr geführt und dann meinte sie eben, sie braucht von mir jetzt entweder meinen Klarnamen oder den Namen von der Firma, wo ich gearbeitet habe. Und ich wollte das natürlich am liebsten alles komplett anonym halten. Und da fragte sie eben, ob ich von der Relotus-Affäre gehört hätte und hatte ich nicht bis dahin. Und dann hat sie mir das kurz erklärt und hat eben gesagt, seitdem geht es eben nicht mehr, dass man alles komplett anonym macht, sondern man muss immer, ja eben, man muss das nachweisen können, dass das wirklich passiert ist. Und dann hatte ich eben die Wahl, meinen Namen oder den Namen der Firma. Habe mich dann für den Namen der Firma entschieden, weil ich dachte, das würde dann auch in dem Artikel erscheinen und da wollte ich natürlich meinen Namen nicht stehen haben. Und habe dann gedacht, naja, die Firma war ja schuld, also können die das auch ausbaden. In dem Artikel kam dann aber beides nicht vor. Das war dann schon anonymisiert, das war dann vielleicht doch nur für ihre Unterlagen. Aber da habe ich zum ersten Mal von der Geschichte gehört und da habe ich eben auch gemerkt, dass das offenbar Auswirkungen hatte. Ja. Für alle, die jetzt das Gefühl haben, ich hätte das komplette Buch nacherzählt, nee, habe ich nicht. Glaubt mir, da bleibt genug Stoff übrig. Und ich kann sowohl das Buch als auch den Film total empfehlen. Hat mir beides sehr gefallen, auch beides unabhängig voneinander. Ja, der Film ist auch sehr gut besetzt und das Buch geht natürlich noch mal mehr in die Tiefe und überspitzt die Charaktere nicht so. Sondern er äußert sich auch über seine Chefs und so schon auch ein bisschen bewundernd und auch sehr positiv. Und im Film sind die natürlich alle ein bisschen negativer dargestellt. Ja, aber wie gesagt, beides eine Empfehlung. War super interessant, da mal reinzugucken. Und das war dann auch mein Lesemonat. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe wie immer, dass der nächste nicht so lange hindauert. Aber mittlerweile habe ich mich auf diesem Kanal verlegt, auf es kommt ein Video, wenn eins kommt. Ich habe einfach nicht so viel Zeit und Energie, um das irgendwie vorher zu planen. Das ist leider immer noch sehr schwierig alles. Aber ihr kennt das ja jetzt. Und ja, lasst mir gerne ein Kommentar da, wenn ihr eins der Bücher kennt und gelesen habt. Oder wenn ihr was anderes zu sagen habt. Ich freue mich immer über andere Meinungen und wünsche euch einen schönen Tag. Und haltet die Ohren steif und friert nicht so, denn es ist kalt draußen. Genau. Bis dann und macht's gut. Ciao.